Musik Was für ein Turnier bin gerade erst reingekommen Es wird ein Turnier sein, Trio Custom Turnier Es gibt auch Preisgeld, also der erste und der zweite Platz bekommt dann auf jeden Fall was die Teams Und der beste Spieler bekommt ein unterschriebenes Trikot Und dann geht es halt Trio 5 Runden und dann pro Kill 1 Punkt Der erste Platz bekommt 10 Punkte, zweiter Platz 7 Punkte, dritter Platz 5 Punkte Maximum an Punkten, die ihr erreichen könnt, sind 30 Heißt, wenn ihr 30 Teamkills habt, habt ihr 30 Punkte Habt ihr 31 Teamkills, habt ihr immer noch 30 Punkte Weil sonst ist das für die Fußballprofis viel zu schwer, bei irgendwelchen Schwitzern von euch mitzuhalten Deswegen ist Maximum an Punkten, die man erreichen kann pro Kill, 30 Brutal viele Fußballer da Es sind sehr viele Fußballer da, ja Also es sind viele aus der ersten Liga da, aus der zweiten Liga, also es sind wirklich sehr viele Fußballer da, ne Oh, es geht los, Chad, es geht los, let's go Es geht los Es geht los, Digga Ich hatte gerade so Angst, ne, Chad, sag ich euch ehrlich Oh mein Gott, es geht los Es geht los, man Okay, viel Glück an jeden einzelnen Teilnehmer hier Es geht, wie gesagt, nur um den Spaß, ne Klar, es geht auch um ein bisschen was, aber Hauptsache ihr habt Fun, ne Das ist das Wichtigste, Chad Männer, wir holen jetzt einfach alle Flo, Finn, habt ihr gehört? Safe, bro Okay, Chad, wem schauen wir jetzt hier zu? TNS, Dest und Hausmeister Wo sind die gelandet? Bei mir sind die gelandet, die bei mir gestorben sind Die sind bei TV bei mir Max Kruse Okay, bei mir sind schon welche gestorben von Taki Eine auch aus meinem Chat, Digga Das ist eine aus meinem Chat, der ist nicht schlecht, Digga Also das Team ist nicht schlecht von denen Okay, die werden angefeiltet Die werden von Erzin angefeilt, Chad, oder? Taki holt einfach Erzin, Chad Taki holt Erzin Er hat einfach Erzin geholt Chad, das ist jetzt gerade Geiler Kampf jetzt hier gerade Geiler Kampf Ja, Mann Bist du auch bei Taki drauf, oder was? Ja, bei Taki bin ich drauf Und Veiler habe ich hier bei mir nebenbei laufen Okay, okay Rhyrex kommt auch von hinten, sehe ich gerade Rhyrex kommt auch jetzt Oh Gott, jetzt sind alle Schütze auf einem Haufen Rhyrex hat ihn Den einen Das ist Rhyrex, ja Er schießt Taki fach Taki holt Rhyrex auch Erzin und Rhyrex geholt, Digga Das ist unglaublich Er ist zu krass Veiler ist auf im Gulag Okay, ich schaue jetzt quasi Rhyrex, Harid und so zu Nico schreibt bei mir Ich glaube Erzin ist mad Weil er geholt wurde Oder kennst du Brigante Dennis Kata Weißt du, wer das ist? Ja, ich weiß, wer das ist Wer denn? Das ist mein Berater, Bruder Mein Berater, Digga Sie werden absolut angeschwitzt, Bro Oh mein Gott Ey, die haben Rhyrex uns überholt, ne? Ja? Dein Berater und so? Ja, ja Ja, moin Digga, aber das ist einfach dein Berater, als Bro Der mir zuschaut, das ist zu wild, Bro Das ist krank, ne? Das ist krank Ich sag dir, wie es ist Ja, Mann Oh Gott Oh shit Oh mein Gott Er muss jetzt da raus, ne? Er muss da raus Da drin sind welche Oh, schade Kala hat ihn geholfen Mit Sky, Sumatio Das sind auch Streamer-Kollegen Die haben gewonnen Krass GG Der im ersten Sieg Der im ersten Sieg Alle mal GG rein in den Chat Mal gucken, mal gucken Ob die volle Punktzahl geholt haben Weil 30 Kills ist der Maximum, ne? Okay, Chat Nächste Runde geht los Nächste Runde geht los Hast du auch gerade Party zu Oder wem schaust du, Bro? Ich schaue gerade diese Hacker-Exte zu Hat der auch gerade Fights? Weil bei mir ist Fight by Party Oh, vor ihm, vor ihm Oh, tot Oh, der Kollege kommt Er hat ihn geholt Du Hund 20 Wer ist das für? Das ist Diego Das ist Cesar Ah, die Cesar Brüder, Digga Er hat bei mir in Dresden zusammen gespielt Ist aber jetzt in Hinter ihm Oh, schade Sky jetzt wieder Benny Die gerade gewonnen haben, haben ihn geholt Wir schauen jetzt das Gewinnerteam zu, Bro Von gerade Okay, Chat Gewinnerteam Glaubt ihr, die gewinnen jetzt noch mal Mann 1 rein, wenn nicht 2 rein, Chat? Nee, ne? Der Rote, ist das? Mr. Gerd Dehner Wir sind immer von früher oder so Oh, von wem? Oh, ein Fri Ich war Oh, die ist geholt Bro, diese DMR, ne? Die ist doch geisteskrankt Und sie wurde einfach schon gepatcht, glaube ich Einmal, ne? Müssen wir schauen, ob die Jungs auch Hatte ihn doch nicht Oh, Kracks sind auch gute Spieler Wenn die jetzt tot sind Dann haben wir ein krasses Team, was wir zuschauen Hab's dir geschickt Das Geilste weiß, dass wir, glaube ich, ihm zugucken Hier vorne ist auch wieder Genau vor dem, Digga Alter Schwede Rechts noch Muss er haben Ja, sehr wild Gegen wen ist das? Majo, ich glaube, das ist mit Crux und so Das Team Geht da vorne Ne, Seschel Der Seschel Oh, das ist, äh Das ist Sascha Horvath mit Valentino Ah I am Bango Krank Ja, Schari So, wer ist es? Shepard Ja, die sind voll gut, Digga Benny ist schon wieder 8 Kills, ne? Digga, die schlappen sich alles, ne? Scholl das, Mann Wer ist das? Double Owls Digga, die holen ja jeden weg, Chat Man hat Glück, da ich nicht mitzocke Ja, Nils, Digga Slutko Ah, die, weißt du, gegen wen die fighten, Bro? Gegen, äh, Kollegen Gegen Snacks Gegen, äh, Lukas Das sind auch alles Streamer Und gegen Mpio, Digga Kämpfen die gerade Oh, die haben, die haben einfach Ersing geholt, Bro Ersing Die haben Ersing einfach geholt, Bro Ja, die sind übel gut, Benny, Junge Wie schwitzen die rein, Digga, hätte ich gar nicht gedacht Aber weißt du, was krass ist, Bro? Guck mal, wie klein eigentlich die Zone schon ist, ne? Es sind einfach noch 18 Teams in dieser kleinen Zone, Bro Da werden gleich so viele sterben, ne? Alter, wie machen die die weg, Bro? Oh, der wird geholt, Bro Hartmann, der hat man, Fixie Hartmann Oh, sorry Andi, Subi, bestes Team, die machen alle platt Andi, Subi, wenn ihr hier seid, im Stream, sagt immer, welcher Platz ihr wurdet, oder ob ihr noch da seid Er hat auch 11 Kills, Bro, die haben safe 30 Kills zusammen Oh, jetzt ist aber tot Okay, Majo lebt aber noch Der ist auch gut Links, links, links Oh, er sieht den nicht Er sieht den nicht Da vorne Ja, das ist geil Ist auch ein Streamer Okay Hartmann, hast du noch 4, 4, 4 Team, 4 Teams jetzt, gegen die sie kämpfen müssen Alter, holen die Back-to-Back-win, oder was? Bro, die haben safe ihre 40 Punkte dann, wenn er holt Geh gleich drauf ein, Karim Ah, boh, er hat ihn geholt Er hat den Ice-Kart geholt Ja Chris, wer ist Chris noch? Ah, mit Band Band ist auch ein guter Kollege von mir Die haben Turnier Bruder Band Klibliat Und Chris, die haben Turnier bei Max Kruse gewonnen PS5 alle, ne? Er hat auch 8 Kills, Digga Junge, wild Das ist eigentlich eine gute Posi, Digga Oh, der hat den anderen Oh Über ihn auch noch Oh Ah, schade Beide sind auf ihn gegangen Schade, schade Okay, 2 Teams 1 gegen 1 jetzt, Bro 1 gegen 1 Und win Wer hat gewonnen? Dig ist GG rein für jeden, ne? Wir haben hier eine geile, geile Runde gesehen, Leute Okay, den kenne ich nicht Franz, Twitch, Franz Weiß ich gerade nicht Ah Das ist Vendetta Reaps, Bro Reaps Ghosty Ah, das sind absolute Schwitzer, Digga Das sind absolute Öler Ja, das ist Vendetta Reaps und so, glaube ich, ne? Okay, in 5 Sekunden geht's los Let's go Und alle drin, Digga Ich seh' 150 in der Leitung, Bro Okay Hä? Okay, Leute Legen wir uns in den Fall Warum bin ich nicht tot? Bro, das war's ja auch wieder komplett Haupt mal in Lossi-Mod rein Warum bin ich nicht gestorben jetzt? Hä? Wieso hat der das überlebt? Kann mir das mal jemand erklären, warum der überlebt hat? Hab ich nicht den Fallschirm zugemacht? Zulange keine Warzone gespielt, man kennt's doch, Digga Ah, okay, sie fighten doch jetzt Oh Gott, er hat gar keinen Aim, Digga Wär's neu, Bonze Wem schaust du grad zu? Ich schau Max zu Bro, er ist eine absolute Legende Warum? Er hat ne Shisha angemacht Den Schlauch um seinen Hals gewickelt Und auch dabei Geiler Typ, Digga Ey, wem schau ich hier zu, Bro? Der Käpt'n im Haus, hallo Bro, wem schau ich zu? Die laufen am Ende der Map, Digga Bro, er macht dir Herzen an die Scheißwand, Digga Was ist das? Bro, wenn ich dir das zeigen würde, wem ich zuschaue, ne? Der läuft am Ende der Map irgendwo rum, Bro Ich check's nicht Ehrlich? Ja, Bro Am Ende der Map Bro, ich hoffe, dass mein Kollege, dem ich grad zuschaue, gleich hier stirbt, ne? Ja, er wird gepusht Ja, hol die, bitte Hol die Er versteckt sie auf dem Klo, Digga Er versteckt sie einfach auf dem Klo, Bro Okay, wem schau ich zu? Sparkleak Oh, krass Schau ich zu Oh, wir haben ein Schwitzer-Team Oh Gott Okay, das wird schwitzerlich jetzt Jetzt haben wir ein Schwitzer-Team-Chat Let's go Hat er Wie läuft bei Ryrex und so, Bro? Bro, Ryrex ist, ähm Grad hier beim Damm Damm, oh mein Gott Dann Äh, also vielleicht dann Crux und Ryrex gleich, ne? Weil meine sind auch kurz vor Damm Boah, die pushen die halt so krass, ne? So, Ersten und so warten auf, die wollen abstauben, aus der Zone, Leute, die rauskommen Chat auch bei Flo, wenn ihr Fragen habt oder sonst was, wenn euch was interessiert, könnt ihr ihn ruhig fragen und Flo, du schieß ruhig dann los, ne? Ja, safe auf jeden Fall Braucht ihr auch Schwitzer-Fight hier grad bei mir? Oh mein Gott Ah, wie wurde der gepusht, Bro? Sparkly Er ist der Einzige, der lebt noch, ne? Er ist einfach Haram Dostasa schon wieder, ne, er nicht, Digga Sparkly, Kax und so, das sind gute Spieler Schönste COD-Spielerin der Welt Oh, das ist Team Empio und so Mit Slutke und, äh, Dings Oh, wenn er dir jetzt drei holt, ne? Ryrex hat einen Ryrex hat Dino Mein Cousin So, da oben Boah Meiner, dem wir grad zuschauen, der hat das erste Spiel gewonnen Mein zweites Spiel ist der vierte geworden Wir machen uns jetzt kurz anders, Chat Ich hab's ja noch im Blick hier Ich zeig euch jetzt eben kurz bei Erzin, wie er es macht, Chat Weil Meiner campt halt nur, ne? Wir schauen ein bisschen Erzin zu I'll run, den holt, äh, Nova Erzin lebt nur noch Die müssen halt alle moven, ne, Bro? Die haben so eine geile Position Oh, Erzin wird aber anders abgeschossen, Bro Ghostie tot, Ghostie Ey, ich muss das grad Weißt du, wie ich das grade mache, Bro? Schau mal in meinen Stream eben Bro, Finn, was soll ich machen? Er hat nur in der Ecke gegammelt Er lag die ganze Zeit in der Ecke, Digga Oder wo? Meiner hängt wieder in nem Bunker, Bro Das hab ich noch nicht gesehen, ne? Oh, aber er wird, ja, er wird abgeholt Hol, er geht runter Äh Junge, krass, Mann Zwei gegen zwei Oder drei gegen eins Oh, drei, oh, ja Alter, die holen einfach dritte Runde Also, dritte Runde holen die jetzt Das können wir nicht verlieren Digga, krass, Mann Die sind echt gut Was ist das aber für eine Dreckszone? Ja, Bro, ich hatte das immer da, ne? Dampf früher Ja, war klar Ja, er ist tot Digga, Digga rein Damit haben die die zweite Runde gewonnen, Chat Sollen wir eine einzige Wette machen Für den Sieger, oder was? Aber jetzt ist halt schon sehr schwierig, ne? Für Sieger zu gehen, ne? Äh, letzte Runde will ich nochmal ne Siegerwette machen Was für eine Wette denn? Was wollen wir machen? Wie viele Kills holt erst ins Team? Das könnte eine Wette sein Hoffentlich krieg ich es jetzt mal hin, direkt zu sterben, Mann Und nicht erst wieder aus der Zone rauslaufen zu müssen Ich bin weg Stirb, Bro, bitte Ah, ja, danke Oh, ja, ja Oh, ja, wie er sich bewegt, Digga, so geil Wir schauen dir mal zu dem einen Der gerade so ein bisschen lostig irgendwie rumgelaufen ist, Chat Er ist einmal in der Ecke wieder, ne? Bro, was macht der da? Schaust du gerade Shepard zu? Ja Siehst du, was er macht? Ich weiß es nicht, Falco, Bro Oh Na, er ist tot Shepard sind geholt Oh, ja Da sind sie wieder Ja, Bro, da ist wieder Benny, Digga Wähler, einen Kill schon Okay, die Wette ist ja bei uns beiden, ne? Ich sag, mehr als 20 Killst du unter, ne? Um 15, 20 hilft's Diese Nova, Nova ist schon tot bei denen Die sind nur noch zu zweit Boah, ich hoffe, die haben gleich irgendwie Erzin oder so Die pushen Oh, was machen die hier? Er kommt hier nicht mal hoch Die, die Ausrüstung, Bug, die, die kommen da nicht hoch? Hä, Digga Doktor Schwitzer, Digga, bester Mann, Junge Wie läuft's bei Erzin? Wie viele Kills haben die? Heyler, sehe ich nur einen Kill, die sind wieder zu dritt Okay Okay, die holen Lowdown Oh, die pushen welche? Hä? Boah, die haben Serios Jet Hinter ihm? Gut Ah, das ist Alki Sind auch Kollegen von mir Oh, er hat den Die haben sie geholt, Digga, das gibt's nicht Die haben Alkis Team geholt Gibt's den Killstand bei Erzin Ähm, Erzin hat gerade 5 Kills, Jet Also Erzin allein hat gerade 5 Kills Dann haben die einfach nur einen blauen Punkt anstatt einen roten Punkt quasi Ja, aber wann kriegt man den, oder ist er Hm, ich werde bescheuert Die Frage, ja Oh, Vaila, Vaila hat den geholt Oh, können wir jetzt, können wir Erzin zuschauen? Nein, Daxchan schaue ich zu gerade Ah, Erzin lebt auch wieder, ne Erzin ist wieder da Erzin wieder da, ja Ich schaue gerade Vaila zu 4 Kills hat Vaila Ich würde gerne wissen, wie viele Kills die insgesamt haben Ja, also Minimum 10, ne Ich sagte ehrlich, die 5 Subs von dir würde schon schmecken Haha Das wird's laut sagen Die treffen sich jetzt, die treffen sich jetzt Ja, Erzin, erster Tod Oh Ja Vaila, Vaila hat ihn gerollt Jetzt schauen wir denen zu, oder nicht? Hoffentlich, Digga Oh, das ist geil, Chat, das ist geil, Junge Chat, jetzt geht's um die Leute Oh, schies, Digga Okay, warte mal, 7 Kills Dann 3 Kills Nova 10, 15 Kills haben die, Bro Ah, hast du schon ein bisschen Angst, Bruder Haha Geil, Mann, geil, Digga Seid mir ehrlich, Chat Die, die zuschauen Glaubt ihr, die machen jetzt noch die 5 Also 6 Kills, sagen wir mal 6 Kills Oder glaubt ihr nicht, Chat Machen die 20 plus oder nicht? Ja, das ist schon wieder das nächste Team Ja Ja, Moin Erzin, Flash sich erstmal selber Schau mal eben, ob Benni auch noch da ist Oh, die Benni gepusht, Bro Oh, ja, ja, ja Jetzt geht's los, Alter Oh, Gott, der ist so tot Oh, Mann, oh Oh, nein Nein Jetzt geht's los Jetzt geht's los Nein Jetzt geht's los, die sind weg Sind die komplett tot? Nee, Wähler nicht, Wähler nicht Wähler Ey, Wähler, komm Nein, Wähler, komm schon Wähler, Wähler Lauf weg, nimm das Auto Nimm die Beine in die Hand, los Wähler, übertreib nicht, Wähler Schwitzt Ey, ist halt nur noch ein Nee, zwei Shops, ne, in der Zone jetzt Gott, Bro Komm, Wähler Du machst das Chat, vertraut ihr ihr? Eins ins Chat Beide gierig Nein, sie vercampt sich No way Chat, mach mal nicht so Die machen alle zwei in rein Die sagen, alle schaffen die nicht Bro, mein Chat hat auch alle plus Aha, da sind welche, da sind welche Wähler, komm schon Zeig den Aim Wenn da jetzt drei Gegner sind, ne Dann war's komplett Digga, der ist auch ein Sehr gut Nein, sind die noch angeschossen Nein, Wähler, lauf Lauf Ey, lass uns, Leute Jaja, Junge, sie schwitzt Jetzt zum Loot Ja Nimm den Loot auf, los Sie ist wieder im Game drin, Bro Sie ist wieder drin Sie hat halt kein Sie hat kein Geld von dem bekommen, ne Nein, nein, das ist halt nice Nein, 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 wohin? Oh, alles richtig Frauen können nicht fahren Wohin will sie? Maxinho, moin Ey, jetzt krieg keinen Shot ab Gönn doch Punkte, Janice Oh, sie ist immer noch in der Zone Zum Teufel Ja, meine ich ja, die Zone ist für sie top Ja, Mann Sie hat echt gute Pose jetzt eigentlich Ja, sie muss dir auch richtige Callouts geben Die Profi-Callouts, Mann Sie soll mal die ganze Zeit richtig am Fluchen schreiten bei mir einer rein Wenn die Perle gewinnt, können alle Jungs wohl so löschen Ja, was geht hier Oh, easy, easy Snake Nein, 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 nein Nein Sie hat Self-Rest, oder was hat sie? Ja, sie hat Self-Rest Und Self-Rest? Vailer, komm schon Gönn dir die Platten, Vailer Boah, was ist das für ein Der kommt, der kommen Nein, Bro Sie hat nicht 20-Plus-Kills, ne? Schade, Digga Okay, wer lebt da noch? Kasura und so, okay Der andere hat 9 Und der andere auch 9 Was? Wie ist der denn gestorben? Oh Gott, ja Schade Ja, wer hat gewonnen? Ich glaube, vorbei, ne? Vini 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 Vini, die noch gewonnen Die noch gewonnen Echt? GG, Mann GG Vino ist Maschine Obdra, bei mir schreibt einer Das war so befriedigend Dass sie verloren hat, Bro Ich habe mir richtig Die Firmabob-Drigger zu drücken Safe Und dass die DMR immer noch so meta ist, ne? Hätte ich nicht gedacht Oh, er wurde angesniped Alter, er hat ihn einfach mit der Nate geholt Okay, sie holen wieder welche Oh, sie holen Voxy Voxy auch absoluter Ehrenbruder bei mir Sie haben Voxy so weggeschreddert, ne? Das ist unglaublich, Mann Er hat 10 Kills, Digga Das kann eine gute Runde von den werden, Jungs Von Band und so, ne? Und mit seinem Team Oh, Band wird angeschossen Chris ist tot? Ja, Chris ist tot, ne? Hinter ihm Er wird überfahren Oh mein Gott, er hat sich gesehen Er wurde einfach überfahren, Bro Oh mein Gott Oh, der Arme Band, ey F für Band in den Chat, Mann Boah Bro, dieser Hype Ey, das ist wieder dein Bruder, Digga Ey, dein Cousin Kino, ja Die haben so viel Filz, Bro Ah, Chris ist aber noch ein Rulag Er holt ihn auch Hey, Bro, sonst echt 10 von 10 Boah, Digga, wenn er das jetzt überlebt Ah, jetzt hat er den Snipe, Mann Digga, überlebt das einfach noch, ne? Bis zum nächsten Turnier hat Flo seine Partnerschaft und Partner Ja, man weiß nicht Ey, er hat ihn einfach geholt, ne? Patsy geholt Das ist einfach auch ein Mod von Anton, ne? Also von Barca auch Das ist grad los, Bro Ja, das redet ihr in seinem Film gerade, Bruder Ey, Chat Band wird einfach nicht wiedergekauft Die auffallenden Zahlen, weißt du? Er wurde so weggecamt 13 Kills Aber sein Kollege wurde so weggecamt Alter Was? Er hat der Aim-Bot an? Was ist das denn? Er kann sie jetzt holen, Bro Die müssen zu ihm pushen Nate kann er noch werfen, ja Ah, er nadet sich selbst Ah, ne, doch nicht Oh Gott, ja, er ist gut Schade Guckt euch die an, die Schwitzer Geil Baylor lebt auch noch Oder? Doch nicht, ne Pro-Assin lebt Ich schau mal jetzt auch Dino zu, Digga Boah Pro-Assin lebt noch Drei Teams noch Die treffen aufeinander Lass er doch Das ist Ersing, ja Ersing, er zählt Oh Vini hat Ersing geholt Vini hat Ersing geholt Die haben zwei Wins, Bruder Den haben sie auch Er ist seine Ecke Nice Haben die zweimal gewonnen jetzt, Bro Zweimal haben die gewonnen, Bro Digga, ist GG in Chatman für die Jungs, Mann GG, Mann Ein wahrer Soldat Das sind wahre Soldaten, Alter Zweimal gewonnen Deswegen haut mal bitte was raus Oh mein Gott, Bro Digga, das gibt's nicht Weißt du, wer hostet? Wer? Vaila, Junge Echt nice, Mann Ey, Vaila, falls du gerade zuschaust Alter, Junge Die übertreiben gerade komplett Ersing hostet auch rein Das war's komplett Absolut, äh, Dings, ne Absolut nervös jetzt Das war's komplett 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 Bis zum nächsten Mal.